Ich habe noch einen. Und dann schlossen sich die Wehrwürfe den Kobolden beim Aufstand. Kobolde? Wehrwürfe? Wart ihr dabei? Beim Koboldaufstand von 1750 und 2? Und am Ende war dann Albert Booth, der Zaubereiminister. Das stimmt nicht. Oh, wie lustig. Ich bleib doch ein Quent. Ein Hoch auf den Jungen, der dich lüster nennt. Ich sage die Wahrheit, Peeves. Es war Albert Booth. Das stimmt nicht. Es war Basil Fleck. Oh, ein Kampf. Wie mutig und keck. War der Minister ein Wut oder ein Fleck? Lass das, Peeves. Wir kriegen sonst Ärger. Du kriegst Ärger, aber Peeves putzt du nicht weg. Sie nennt's Wut, er nennt's Fleck. Peeves, es reicht. Wegen dir müssen wir noch nachsitzen. Und ihr liegt sowieso beide falsch. Es war Hesfestus Gort. Das Fleck, ihr seid beide weg. Ihr alle habt Ärger mit Professor Fleck. Fertig! 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 Sie hee! Wee! Ihr Fricks, Ihr Maul, hat mir nicht warten. Er lauft in die Jägerschüssel, aus der ich streckte mein Haupt. Solange es bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke man mir fürs Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leibe. Bitte, Peeves, ich bin spät dran. Nicht aufhalten, das wollte Rancorous Cobb. In eine Falle mich locken, in einen gläsernen Sarg. Seine Eindämmungszauber, sie versagten jedoch. Zur Vergeltung die Schule, ich zwang unter mein Joch. So stand man sie mir zu, ansehnliche Rechte, da ich sonst Unheil mit der Kanone über sie brächte. Von ihr, nicht von ihm, kam diese Zusage. Ein Bad pro Woche, wenn ich mich betrage. Hui! Das zahl ich dir heim! Erwischt! Es lässt nun mal pillowchen in der europäische Rechte. Näh! Der ist nun doch gar nicht wenigstifying. Sieh. Ernstraphen habe ich eine andere Idee. Hel entrepreneurship. Mais! En infer before. Er ist außer Kontrolle. Ich finde, es ist nichts Besonderes, wenn die Familie im Ministerium arbeitet. Wer ist denn das? Ein vor der Klette! Peace geteilt! Wen haben wir hier? Sebastian Salo und seine neue kleine Klette. Erkundene Orte, an denen sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen! Peeves, wag es! Das verrate ich! Das verrate ich! Das verrate ich! In der verbotenen Abteilung! Schon wieder! Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns! Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht! Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren! Und abgesehen davon, teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren! Wenn sich jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir! Sie sind doch klug! Vergeuden Sie das nicht! Da war keiner! Ich kam allein! Oh, Sebastian! Was wird nun Ihr Onkel sagen? Ja! 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 Ja!